Markus Kummer leitet erfolgreich ein mittelständisches Unternehmen in der Maschinenbaubranche. Er steht vor größeren Veränderungen. Das sich wandelnde Marktumfeld, zunehmender Fachkräftemangel und technologische Entwicklungen sind gleichermaßen große Herausforderungen. Das Tagesgeschäft lässt Markus wenig Raum für die Qualifizierung seiner Beschäftigten. Doch um weiterhin erfolgreich sein zu können, braucht er eine Strategie. Als Mitglied der IHK nutzt er deren Netzwerk in vielen Bereichen. Auch bei der Weiterentwicklung von Personal und Organisation. IHK-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Beate Schulz beraten auf Anfrage oder sie gehen aktiv auf Unternehmen zu. Die Beratung ist neutral und kostenlos. Die Themen, mit denen sich ein Betriebsleiter wie Markus Kummer beschäftigt, sind Beate Schulz vertraut. Sie ist Expertin für die berufliche Weiterbildung. Ihre Aufgabe ist es, Unternehmen bei der Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Dank ihres großen Erfahrungsschatzes kann sie wichtige Impulse geben. Von einzelnen Weiterbildungsangeboten bis hin zur Entwicklung einer umfassenden Strategie. Durch das IHK-Netzwerk können Lösungen auch fachübergreifend und überregional entwickelt werden. Beate weiß, ob und wo es Fördermöglichkeiten gibt. Sie stellt Kontakte her und zeigt auf, wie bedarfsgerechte Seminare und Entwicklungsprogramme umgesetzt werden. Auch wenn am Ende vielleicht gar kein Handlungsbedarf besteht, Markus sieht die Beratung als Chance, als Hilfe zur Selbsthilfe. So wird sein Unternehmen zukunftsfähig. Auch Beate Schulz ist froh, dass sie helfen konnte. Das ist ihr Job. Denn die Unternehmen und die IHK, sie haben ein gemeinsames Interesse. Erfolg. Die IHK. Ein Erfolgsmodell für alle.